herzlich willkommen heute zu einem kurzen video ich habe zwei dinge noch die ich vorstellen möchte einmal sind es diese gummi puffer die in das faltgelenk eingelegt werden und das knarren verhindern das set besteht aus drei stück in verschiedenen stärken ich habe im moment die kleinste stärke eingelegt und das hat einen großen effekt gehabt dass man nicht so oft nachspannen muss und dass das knarzen nahezu weg ist hier sind die anderen beiden teile die unterscheiden sich halt ein wenig durch die stärke des gummis dann hatte ich mir gedanken gemacht wie transportierst du denn das was du so an notfall zeugs dabei haben möchtest da habe ich diese tasmanian tiger pouch gefunden das ist eine kleine tasche die hinten über zwei laschen verfügt die einfach mit einem gut über einen druckknopf dann fest geschnallt werden das passt hervorragend hier an an den roller ich zeige das mal hier so hier kann man die befestigung sehen es sind einfach nur zwei druckknöpfe die gelöst werden müssen und man kann die tasche dann abnehmen und so gegen diebstahl schützen ja im prinzip war es das für heute die beiden teile habe ich unten wieder in der infobox verlinkt wer interesse hat kann sich das dort gerne anschauen okay das war es bis zum nächsten mal